hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei minecraft let's play ja ihr wundert euch warum ich schon wieder hier bin das liegt daran unser doktor hat mitbekommen dass ich gestorben bin gesagt aus dem schlamassel holst dich selber heraus ok naja ich habe den weg wieder zurückgefunden da liegt da liegen meine federfall da und liegt auch noch zeug wir müssen irgendwie noch darunter ja wir müssen darunter irgendwie ziehe ich jetzt gleich mal an oder gucken wir dass wir darunter kommen immer mal dass man hier runter kommen dass wir unser zeug alles ein sammeln was hier rum liegt weil das wäre ja echt extrem schade wäre das alles weg habe ich jetzt alles wieder da haben wir noch nasser ziegel irgendwas lag doch dann noch rum okay ich habe den weg wieder zurückgefunden das tat ich euch jetzt nicht an ihr habt ihr gesehen wo wir gestartet sind und ja jetzt heißt es wir müssen nach hause denn nasser quarts nehmen wir noch mit so wir müssen nach hause und jetzt sind wir halt mal besonders vorsichtig und legen uns nicht gerade mit dem gas an ohne bogen machen wir hier mal das feuer aus so ich habe unseren startpunkt gefunden habe ich ja müssen ja da gucken wir das mal jetzt hinkommen was wieso lass mich doch hast du eine voll weiße hast du den schuss nicht gehört oder alter lag ich glaube es nicht ich habe geschlafen ich hoffe wir kommen im dorf raus ja okay darf doch alles nicht wahr sein okay wir müssen da wieder hin egal wie brot nehmen wir mit wenn schon hier auf der straße rum liegt darf doch nicht wahr sein wir müssen da hin kommen ich brauche da unbedingt eine andere rüstung für den nasser brauchen wir eine andere rüstung so gucken wir mal was wir hier noch an rüstung haben aber wir sind ein bisschen was anziehen ähm werkzeuge eisen spitzhacke ein schwert haben wir jetzt hier keins haben wir was an rüstung hier ne haben wir nichts okay naja probieren wir es probieren wir das jetzt einfach mal darf doch alles nicht wahr sein ey unsere gruschtel kiste kaputt gemacht haben wir noch eine kiste hier drin ne machen wir mal schnell eine ähm hier so kurz eine kiste machen dass man das zeug da wieder rein machen okay weizen dass das dass das dass das schwert nimm mal mit das bleibt alles da ja jetzt wird auch noch nacht super rein hier schnell okay jetzt müssen wir schauen jetzt auf den direkten weg dann zurück darf doch alles nicht wahr sei ich auch schon wieder an garstigen garst so gucken wir das mal hier rauskommen zum glück haben wir da einen wegpunkt wo wir gestorben sind und da gucken wir das mal jetzt hinkommen und zwar ist es da hinten okay hier kommt man nicht rum da ist halt der garst und da sonst nicht sieht okay geht er hoch auf da ist nur mal einer sieht er uns irgendwie darunter irgendwie müssen wir hier runter kommen da kommen wir vielleicht runter wir sind gleich da wir sind gleich da wir müssen genau jetzt weg es kommt der schon wieder der hat uns vorhin getötet da müssen wir irgendwie rüber manche vielleicht runter kommen wir hier durch spitzhacke nehmen kommen müssen wir das kurz durch arbeiten ok vorsicht hier mit der lava das ist extrem bedauerlich wenn man jetzt hier auch noch in der lava sterben komisch dass ich noch kein dings gefunden habe wie heißt es eine niederfestung oder sowas so kann man das jetzt schon zu machen da ist die quelle die quellen allen übels ok wo ist immer müssen in die richtung wir müssen irgendwie darüber so da unten sind wir gestorben das heißt wir müssen irgendwie da runter wir sind hier runter ja ich lasse das jetzt alles liegen weil nein bitte nicht ach du grüne neune liegt da noch irgendwo was rum alles kaputt alles kaputt unser ganzes wir fangen quasi fast von null an und das nur wegen ein bisschen nässer quarts also gut naja nicht heulen weitermachen sie haben die lava gefallen wahrscheinlich ok tja gut mal gucken dass man zurückkommen 136 meter ja jetzt falle ich noch in die lava rein das wird mir jetzt gerade noch fehlen alles auf null dass wir jetzt hier wieder hoch kommen und dann müssen wir gucken vielleicht machen wir uns ein tinga schwert was bist du ach du willst auch hier hoch ok die richtung müssen wir das ist sehr bedauerlich was hier passiert ist sehr bedauerlich wir nehmen wir uns ein bisschen nässer quarts noch mit alles was so hatte ich will mich nicht mit den ratten noch herrten legen wir müssen in die richtung ich glaube hier haben wir uns irgendwo ein bisschen durchgegraben glaube ich war das hier so ok nur weil weil ich da jetzt so ein bisschen ein bisschen nässer quarts wollte ich muss gucken dass wir hier hochkommen ok wir müssen weiter in die richtung gehen wir mal so lang da unten ist unser tor ok ouch da ist die schlucht ok ok naja ich möchte aber noch ein bisschen wir haben doch noch ein bisschen zeit komm wir haben noch 10 minuten ein bisschen da oben ist noch nässer quarts die 10 minuten die nutzen wir jetzt noch und dann wären wir dann am dienstag gucken wie viel wir da jetzt abbeutet haben und und wir gucken dass man vielleicht reicht sie auch was ist da oben jetzt auch noch nässer quarts da kommt das nehmen wir mit hier ist ja die luft relativ rein bewegt mich jetzt nicht mehr so weit weg vom startpunkt ja das ist alles da in die lava gefallen wo mir gestorben sind das ist so bedauerlich wir haben nichts mehr zurückbekommen neun level haben wir noch aber die levels sind ja relativ egal wir bekommen ja recht gut level dazu jetzt schon allein durch den quarts abbau hier ja das ist gerade ein bisschen bedrückt muss ich sagen so was hat denn hier noch hat es da hinten auch noch ein bisschen quarts hier ist noch ein quarts dann holen wir uns auch noch und dann ist auch bald unsere spitzhacke kaputt und dann geht es nach hause ein gast hat er uns gesehen jetzt ist er wieder weg gut wir bewegen uns nach hause da unten ist auch noch quarts da habe ich mal close down da oben abgebaut das messer ist aber echt zu heiß muss ich ganz ehrlich sagen mal vorsichtig gucken das ist extrem gefährlich okay dann haben wir gekriegt den haben wir nicht bekommen schade 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 ich habe keine rüstung an leute ich habe keine rüstung an ab die post ab durch die mitte kann mich nicht anlegen mit ihnen ganz schnell raus hier ok naja werden wir uns dann doch irgendwann mal kleinen stützpunkt bauen ja gut jetzt gucken wir mal was haben wir hier an nasser quarts bekommen 32 quarts blöcke na super für was für einen preis jetzt bauen wir uns das hier gleich noch da rein und dann muss ich dann doch die äh dem doktor ähm das weitere hier überlassen so hier 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 so dasselbe machen wir hier auch also uns wird nicht erspart bleiben wir werden noch mal eine reise machen in den neta und ja vielleicht mache ich das auch mal schauen vielleicht macht es auch der gute doktor für uns ich bedanke mich mal fürs zuschauen und es tut mir jetzt echt leid dass das hier alles so katastrophal geendet hat in der nächsten folge sehen wir uns auf jeden fall wieder oder beziehungsweise der doktor ich werde jetzt mal ein bisschen frei machen ich kann mich auf den doktor verlassen dass er inzwischen eine gescheite eisenrüstung macht und ja also bis zum nächsten mal ciao 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 ciao